Und die mittleren Bahnen losgefahren wie die Feuerwehr mit einer kleinen Ausnahme, die fünf ein Stückchen zurück, das ist das Boot aus Lettland auf der Startbahn 3, die Führung im Moment unterwegs. Die Spanierinnen machen den besten Job, die Ukraine geht mit und jetzt kommen sie langsam. Lettland gegen Japan um den dritten Platz. Wir warten mit uns, um unsere Fotodata zu kommen. Die Ukraine natürlich zuerst im Ziel haben wir gesehen, Spanien und ich glaube danach, und das ist jetzt bestätigt, war es Japan tatsächlich. Maya Hosomi und Yuri Urada sind dabei im Rennen um die Medaille. Yes, Japan will join Spain and Ukraine. They have qualified for an opportunity to go through to the final in this non-event Olympic event for the rest of our athletes. Unfortunately, that was the last race in this category. But hold on to your horses. One more still coming up here. Next is the KL2 Men's 200 Meter Race. This race will have two semifinals with the top three going through to final A. Pardon me. The top three going through to final A. Stay with us in one moment as the athletes paddle towards the starting blocks. Das Bby ist ja noch man im Richtung. Do you know wie viele climbingen die bis Sieg schnaht von Sebastian G 편 spoßen? Die números come im Sax. Debbie, ich brauche den Regel. Dad centre ein ins Sicher Driven. Aberettu war das Blocke. Alle Conservative lieben. Januar Kle Myseran probe. Untertitelung des ZDF, 2020